ja hoi und willkommen mein name ist aniel und spiel zurück zuletzt so was mehr spaß ultimate durch meine zeit und rechts an 2 uhr 21 so kann man freitag und ja ich tue ganz schön im bulk aufnehmen also ich habe die part 19 angefangen aufzunehmen wir sind jetzt bei part 27 also ich habe jetzt schon acht parts 1 2 3 4 5 6 7 8 da ist der neunte party nicht weiter ich habe ein problem klassisch kommen den können wir noch durchspielen mal schauen wir mal falco einmal mini mains schwingender schatten warum nicht müssen damit snack auf 5.0 ja schaffen aber man muss nicht genau fünf punkte schaffen dafür ein bisschen vital jetzt schießt du natürlich nicht mehr ist klar wir haben bis jetzt nur zehn abgezogen mit der dreck okay ich habe mir verlangen wollte alle karaktere frei zu spielen also soweit entfernt sind wir glaube ich nicht nicht mehr wohl fahren wir ja gerade ganz schön vermasselt mal schauen ich habe mich hier mit dem final smash sind ließ in diesem spiel ja da war nicht so gut als wenn es da pekt die flügel haben oder was da wieder nur schwarzen leute haben wir schon mit freundlich mit mit ich glaube mit richter da wollte ich aufheben mann am besten du ab ist auch gar nicht für dich gibt sondern mich wo man die fresse ding da kann ich mal quajuzzo oder palutena freischalten weil mit dem muss ich auch noch irgendwie das spielen ja gegen meilen stein und so das hat dann weiß das hier macht was war schwarzes loch wart spagat kannst du mir auch möchte ich festhalten damit hat spaghetti müssen meine bombe jetzt gelandet und meine rakete und lucas ja das war kein erfolg hier wolf freizuschalten leider und da unten nicht so kleine kinder nämlich das scheiße so ist das auch vertrete ich muss jetzt aber da war und gott natürlich mal schön entsorgen wir den gesehen noch einmal ja diesmal getroffen das ist tatsächlich so in der luft captain falken herr ich verstehe es weil wir beide auf zwei beinen sind ne bipolar wie falten punch ich habe immer so eine angst dass ich mich selber aus der stage hier kicke hallo genau kicken hier einfach weg von dem donau doch immer sein soll kuchen was ja schon für smash balls in diesen in dieser runde hier wo getroffen oder gesehen ich habe mich den angenähern ist gesprungen weil er wusste das einsetzen würde aber nein ich habe gewartet weil ich bin geduldig ich bin stärker ich bin schlauer ich habe mehr fehler als du min und er hat irgendwann mit den schaden in dem man hat zu tun komfort hähnchen ich bin da drin aber ich weiß noch alles das spiel gespielt habe das ist mir schon wieder passiert ich habe nicht mehr so viel gold hat jetzt mehr angriff und wer ist denn sagen ich auch nach hähnchen highlightern wir passieren wenn ich das essen würde als falko wir ein bisschen bizarr oder spiel schwingender schatten oh gott mal kaputt machen danke ich glaube das kriege ich nicht mehr hat bei wen gesehen so weiß nicht warum ich das riskiere aber was soll es boom tschüss tschüss amigoss tschüss amigoss gott er könnte nämlich werden kommen mit fox an meiner seite man kann ich ja nicht angesagt noch die zurückschießen aber ich dachte ich werde jetzt ausgewicht nach andere seite du bist einmal in den angriff drin ich kann auch umspacken weil da glaube ich glaube ich ich bin jetzt schon wieder gerettet danke ich bin sowieso noch einmal fricken pass auf einer von euch muss man hier betäubt werden danke was sieht überhaupt nichts ab ich bin sowieso luftausweichungen machen bei diesen angriff weil ich bis heute nicht mehr richtig ausweicht ich habe gerade noch so viel gott wenn wir nicht haben ein bisschen zu viele angriffe ich kann mich noch so wie viele angriffe auf einmal einstellen da bin ich jetzt ausgewicht nach sie gesehen boom geschafft sieben punkt 3 ein bisschen mehr erwartet soll es geht halt nicht immer voll krass ja ich habe immer noch bock aufzunehmen und jetzt hier schon ein paar stunden aufnehmen das spiel macht halt bock halt ne macht halt bock macht halt bock macht halt bock ja mal auf screen werde ich damit also ein bisschen 100 smash machen jetzt werde ich nicht mehr so viele charaktere freischalten also jetzt am nächsten part werden wir auf jeden fall alle charaktere haben glaube ich also vielleicht die mie kämpfer weil die scheinen irgendwie abenteuer muss sein weil die mie kämpfer habe ich ja mit schwert kämpfe habe ich im links bekommen im abenteuer muss wenn ich mal sehr stark an muss ich die auch da erst kriege behaupte ich jetzt einfach mal so ne so gehen wir entweder quadruz oder valutena mit dem muss ich noch ein dings machen da war perfekt er war heute auch neulich so wie auf jeden fall die letzte aufnahme war meine stimme lässt langsam ein bisschen nach also wird schon langsam ein bisschen anstrengender dann noch 15 minuten so ungefähr spielen einige leute sind ja wahrscheinlich schon eine stunde nachdem das spiel rausgekommen sind hier am stream gewesen haben irgendwie alles freigeschaltet ne kenne ich doch mal früher beim alten smash war so irgendwie jemand befordert spieler ausgekommen ist irgendwie gestreamt und alle charaktere freigeschaltet damit jeder weiß welche charaktere da vorkommen naja weiß nicht da bin ich schon ein bisschen unverstehen zur fortspiel rausgekommen ich glaube da ist auch gar nicht erlaubt trotzdem einige ich glaube das ist einige hersteller setzen hat so als voraussetzung hat man erst ein spiel explayt nachdem es auch offiziell rausgekommen ist und ein hühnchen und ergebnis bei kolom barley matthew keine ahnung sie aus wie aus golden sun oder so ich habe kein ticket bekommen so dann gibt es ja auch noch war ich krieg hier echt nicht weil du so oder palutena die brauche ich ich bin ja mehr oder weniger jetzt acht charaktere frei aber die cooper linge auch noch freischalten aua hier bist du bitte schön den angriff ausgewicht okay sehr gut guck mal her ja jetzt aber gerne ne so nicht so nicht oder juni kämpft nur mit ja wie sie es mit wolf aus können wir den jetzt auch noch mal versuchen ja kommen wir uns auch noch mit fox kommen warum nicht warum denn nicht okay mein gott jetzt bist du voll ihr waschlappen oder was mein gott jetzt noch gar nicht versuchte hat man mein gott also mit lukas folie habe probleme aber er ist mit fox kein problem das war einfach nicht wahr sein wird und dann fühlt sich das hier schon sehr langsam ganz gut wie alle karaktere 3 4 5 6 7 8 9 10 11 22 33 44 55 65 57 58 59 60 und auch so 56 karakter im schmalen aber wir spielen jetzt jetzt ist die frage da machen wir mal mit den klassiker weiter wen habe ich gerade noch mal ich habe ich habe echt war erinnerung glaube ich wenn ich gerade noch mal gespielt man da bin ich nicht so blöd falco mein gott ich habe schon aber es wird hier noch mal in der reihe wieder wir haben mit falco gemacht haben wir auch mit fox jetzt so ein bisschen themenhaft machen jetzt macht man mit picacho und pico machen oder irgendwie so was schießt muss auch treffen kollege ich tritt einfach die kugel weg okay boom nein er hat mit teillegen ist unangefallen aber deine schuld ja ja was da unten los ist eigentlich dieser stern der irgendwie so um die level hier rum spielt auf dem boden da war er sogar der kreuz hat mich irgendwie so daran erinnern und dann sehe ich das ist ja sogar das start warum hat jetzt schon wieder so normal jetzt schon wieder so nervt 0.5 ja ich glaube besser wird da noch nicht mehr du 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 ja nur so wenig abbezogen boom was sagt der wird feuer ich brenne ha ha alter 0.9 wollen sie 0.9 als jährdings mit richter beinahe geschafft hätte können wir nehmen zwei power charaktere werden zusammen ein paar over power charakter auch schon wieder ist das leider man könnte meine ich hätte ahnung von dem spiel höhle punkt 9 und gesagt muss ganz viel neuf an ich mache den er geht auf den großen videos das ist ja nur sagen muss ich hab da mehr gelesen die schrumpfte wieder was jetzt wächst sie wieder was also mit der los wo machst du da und wir sagen muss gesehen perfekt und wie perfekt auch gott ich habe genug geld für continuous ich glaube nicht mal was treten ist das verbrennen dich und deine pick man wieso bekomme ich auch schaden wieso bekomme ich auch schaden woher voll mit dem fuß gegen den helm getreten oh gott ah ja teased mich hier ruhig neu teased mich oh gott das ist einfach eine epische schlacht hier ich sehe mal andere wie diese kommen machen so turnieren und so ja der dann ihre guckt sich turniere an von smash boss lernt nichts daraus anscheinend oder anscheinend doch nein ja 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 mein gott ja 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 oh gott ja da habe ich schon gesehen solchen ticket benutzen da kommen wir setzen alles auf diesen run wir verarschen aber ich nicht nur 5 punkte am ende bekommen dann weiß ich auch nicht auch schnell durch also was wir gehen schnelle durch boom wenn ich 0,5 punkte am ende bekommen kommen wir kämpfen war nein am deutsch allberg ich gerade ist in so gut da fängt schon mal gut an da fängt schon mal sehr gut an er war jetzt der größte misst allerzeiten da wird so nix darauf angefangen ist nicht ganz keine nein gott mein gott wo er trifft mich auch noch damit ich gesagt kotzen aber wer ich krieg nicht nur ich krieg neben dem 0,5 punkte ich gebe ja wirklich mein bestes aber zum teufel ich nehme ich krieg mir wahrscheinlich nicht mal eine wo kann meiner von euch vor allem war der schlimmste boss kommt bei der zeiten man muss ich auch gegen die kämpfe weise jeden anderen boss kommt habe ich raus halbwegs da kommt wieder dieser kampf ja mein gott lasst mich in ruhe schon du freck oh gott ist nicht dass man danach auch noch einsetzen kann der neben neben 5 ist das für ein scheiß woche all meine tickets ich krieg nie im leben so viel wahrscheinlich minus punkte war eine heftige verschwendung von tickets aber wird so jetzt hey du willst mich ja verarschen 0,5 ich brauchte 0,6 dann kriege ich auch noch 0,5 gibt es jetzt einfach nicht irgendwie habe ich nicht weiten im letzten kampf oder was vielleicht krieg nicht nur 9,9 9,9 weil ich langsam glaube ich das ist irgendwie geregt ja ich sage ich zweimal hier nur 9,8 da ist ja wenn ich einmal weniger oder zweimal weniger erfolgreich die bekommen oder was das macht dann ja gar keinen sinn ja wie ich kriege nicht voll die geilen belohnungen netze am schwitzen oder so hatte ja ich glaube ich tue jetzt jedes mal wenn ich klasse spiele irgendwie so ein kleines thema machen das übersicht ich habe jetzt so fox und falco jetzt mal aber capcom castlevania jetzt mal keiner pokémon sein pikachu und pico irgendwie so was halt ne das macht doch sinn aber ihr nach wenn ich auf jeden fall erstmal aufhören maus ein bisschen genug also ich will schon habe jetzt aufgenommen 6 7 ich glaube 5 oder 6 irgendwie so war eine ahnung muss man ja alles schnell gemacht wenn er im rennen mit den ganzen competitive let's player muss er meine views kriegen vor allen anderen wieder vor dem rennen mit all den großen meinen 89 views 1 minuten ok ich glaube ich sollte vielleicht nicht im shop gleich nachschauen weg so oder so machen aber vielleicht soll ich das nicht machen weil ich brauche geld für kontinuiert sie im klassischen modus also ja auf screen werde ich mich dann selber beschäftigen mit 100 smash wieder ich damit jeden charakter mache oder mit dem meisten jedenfalls ja bis zum nächsten folge wenn man auf jeden fall jeden haupt jeden charakter jeden spiel waren charakter bekämpfen können nämlich mal an fox mccloud exitebike naja keine ahnung aus der glaube ich wo wir mit schon wieder ein bisschen geld neuer gegner ich krieg einfach nicht palotin oder quad so die dich mit dem meilenstein brauchen für den meilenstein macht das spiel doch extra genau wieder ab mit den 8,9 9,8 jetzt sowas von dings bekommen youtube wollten auch voll viele ist er wiederkommt im vierten teil ich habe ihn nicht gespielt also mein drang den zurückzubringen war jetzt nicht so riesig nach ausgeglichen sind hingesehen aber ich verkehr ja naht du mal raus boom werten die mit dem magen gegend reingekickt youtube kämpft damit sondern eintragen im geister kalub verzeichnet es gut gut sprache kaputt mal hier ein zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf 22 33 44 55 66 weit da jetzt also sechs reihen sieht doch schön aus dort ich habe genug heute von smash dann wenn ihr noch als ein song kann ich mir trotzdem holen und die beiden auf das nicht so viel das war ja schon da ich werde ja wieder merke ich werde ja wieder dings hier spielen multi smash also werde ich auf jeden fall hier der geld am ende haben dafür sollte war es gut ich habe ein paar stunden gespielt mehr als vielleicht möglich gewesen wären aber auch dank schon fürs zuschauen wenn euch der bat gefallen hat sich das bitte ein aber ein kommentar wäre sehr nett von euch und ich sehe euch dann in der nächsten fall ben in bo την w web j w j e know w w we